herzlich willkommen zurück liebe leute zu let's play just the world und willkommen zurück hier auf meinem kanal game accounts da endlich geht es weiter ich bin was und das mittwoch wieder zurück aber hat mir jetzt den donnerstag und freitag nur frei genommen habe es mit freunden getroffen ich hätte da war sehr schön und jetzt bitte ich mich konzentrierter und verwehrt auch wieder meine aufnahmen und ich dachte mir da ist das ist für die bald einfach durch prügeln müsste und irgendwie fertig bekommen möchte weil ich ganz gern danach noch ein supermajor projekt starten möchte vor supermajor odyssey das mal jetzt hier in dem spiel uns mal voran halten das relativ schnell machen und dem entspressen tue ich nicht viel weiter um den heißen 3 herumlabern sondern gleich mit welt 4 3 anfangen wir spielen es allein ohne trigg anstecker sowie bei den 17 parten davor nun mal auch so ne also es ist nichts so krassen neues irgendwie so fluss vertreten muss heißt das level er sagt dazu einfach mal interessant mal sehen wie es wird so irgendwie ändern sich alle werden sich aber der fisch zum beispiel der war und vorhersehbar einer kann man es und der fisch war sogar krokodil merkt es gerade sein das ist alles sehr geil so ach ich muss das zuerst oder hat ein zeiger erlegen müssen um das machen zu können das heißt drauf dann dann lass doch mal so wie es ist und gehe weiter ohne vom krokodil hilfe zerfleisch zu werden was ist das der koppel oder links irgendwie 0 weiter in santa wasser film kann das heißt natürlich gefressen ok diesmal müssen wir es ein bisschen intelligenter anstellen irgendwie relativ bald ein zeiger klar machen das dürfte sogar auch ein reißen hoffentlich nahm mäßig reißt es immer nicht wieso habe ich jetzt ein denkt wieder gemacht ich weiß wieso heißen muss mit den anderen zeiger gönnen das sollte möglich sein ich nehme jetzt einfach mal den hier der sind drauf kommt hey was soll denn das sei geil so jetzt muss ich sagen das ist den einen das frage ist heißen fällt der treffe ich müsste es halt nur treffen äh äh wie wie jetzt weil er aus mit das net kapieren dieses thema was nicht kapieren wenn ich klar was ich nicht gerade was man wollte ist auch weg okay hier teilt die irritiert mich gerade irgendwie da ist so mein bild was in wollen aber ist eingesammelt ja nie ist klar wie fliegt der ja das diese hier machen ich denke ich mal ganz frei machen dann gibt es wieder genau das was ist drin als gebraucht habe was nein was gerade irgendwie krokodilen egal ist drücken minus sind die schüttigen tueck sagen wir ihren gleichen vorraten wir hoffen nicht reißen sollte danke danke so das herr kommt auch noch du möchtest auch noch ist er rappen danke bin auch sehr geil es hat er weiter kommen das richtige ist nicht für diesen bescheuerten krokodilen ja wissen lassen die überall sind und das auf einen kleinen süßen jossi abgesehen haben hui die krokodile ist immer knapp äh so das bekommen wir abwerfen genau dann kommen wieder neu neben das ist sehr angenehm was soll dass man das hier irgendwie nicht erwischen lässt ist nein nein hilfe alter das ist nicht einfach und jetzt rein nein ich habe wieder irgendwie so eine mini spiel aufgabe und aha nixen jossi ich habe sie das was anderes leider gelesen wenn ich mit w vorne anfängt gott ist nein also nixen jossi lesen mich lieber so wie es da steht bewegt ist wie ein fisch im wasser drücke b um eine wirbelattacke auszuführen fuck ehrlich da oh okay die jünger sind böse scheiße du hast da ja hoch 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 ich muss mal irgendwie bisschen ziel kommen eh das ist eigentlich geil bei der starke ja gefällt mir das auch so vom soundtrick her nein fuck weg ich muss ganz drücken das ist mir gar nichts mit auf springen ah komm das ist fies ach ach fuck wir hatten sich das ziel ist ja ich hab's noch grad so geschafft bam das war lustig das halt so ich glaub die letzte teile ist jetzt hoffentlich auch nicht mehr so schwer ich hab da hier gibt's ja alle san fies an nein das ist das von der fersenne fuck nein jetzt komm ich nicht aus warte was ist das von der scheiße hier Hilfe ne ne ist klar Digga So Aber hier geht es jetzt auf diesem Ah Alter, war das knapp War das knapp Ich weiß nicht, was hier noch kommt Ich weiß nicht, was hier noch kommt Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir gerade machen Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist Drücken Es ist ja wie Wildwasserbahn fahren In Europa-Park oder sowas Geiler Park übrigens, wenn jemals da nie näher kommt Digga Das war einfach gerade übelst krabb Knapp So, ist eine Wildwasserfahrtbahn Fahrtgleis vorbei oder Ach du Scheiße Irgendwas liegt Im Boot Und diesmal werde ich beinahe ans Boot in Silvio fahren Aber nur Banner Nice Das war das Level, bis auf die Anfangsprobleme, die wir hatten War das Level ja ganz in Ordnung Was haben wir noch mal erst, wie das nächste Level dann wird Das vierte, das werde ich auch noch an dem Part hier erledigen Denn ich erledige in jedem Part zwei Level Habe ich mich das wohl entschlossen oder so Sollen wir einfach mal, was jetzt kommt Ich glaube, das wird jetzt immer ein Level mit einem Bosskampf, soviel ich weiß Ich bin gespannt, was mich erwartet Ich bin sogar sehr gespannt, wenn ich drüber nachdenke So Und hier ist das nächste Level Und das wir gleich rein werden Hier haben wir eine Festung Knutberts Wasserfestung Das hört sich der ganzen Brutals an Knutberts, ich hoffe du kannst mir helfen Anderseits gut bei dieser Brüse Ich hoffe wir mal, dass wir ihn besiegen können Meine Entschreibe Hoffnung Das Hey Sie haben gehilfe Hey Das Inherzbiss war eine kleine Relive-Story Weil ich mit dem Hund Inherzbiss erörtert kann Gestern war es Besuch Als Besuch Bei mir kannten Und da waren wir im Park Und da war so ein Hund Der hat null Wirklich null auf den Besitzer gehört Der hat irgendwie Der Besitzer hat ihn da angerufen Der Hund hat sich interessiert Blieb einfach an derselben Stelle Ey das Wirklich Also Hunde Ah fuck Das war das mal sehr schwer Irgendwie nur So die Kontrolle zu bekommen Aber ist das der Eindruck Die Fisse verrecken jetzt Oder haben wir die gerne weiter da unten Das war das halt richtig witzig Wie wir da null gesehen hatten Der einfach null auf den Besitzer gehört hatte Ja gut So was gibt's halt auch ne Naja Wieso können die Affen die verreckt Die vernippeln hier jetzt oder Aber die können doch nicht atmen Eigentlich müssten die jetzt hier ver Nippeln Wie sieht den Rest dieser Affen Die dauernd Sachen auf einen werfen Irgendwie So Und hier geht's rein Aber hier gibt's Wolle Aber ich brauch grad keine Wolle Hä Wir müssen die anders machen Vielleicht muss ich einfach auch dieses Dings hier Möchtest du von der anderen Seite abziehen Sonst geht das nicht Hallo Jassi Dein Gut Das erklärt einiges So Nehmen wir uns dann wieder Wolle Komm jetzt rein Ne Ich muss doch A drücken Moment mal Ah Ja das macht Sinn Ne Das kann man gleich Nämlich auch hier rein Mindestens komm ich irgendwo hin Wo es einigermaßen weiter geht Aber interessant Dass Jassi Nicht weiter sießen kann Wenn Wellen da sind Und ich glaub jetzt kommt das hier Einfach aufs Timing an Und diese Brutkörb Brutkörbfarbenen Äh Krebse sind Ah fuck Auch das Bad Hoch da So Irgendwie auf der Welle Mit Swimmen Und zwar so Dass man hier Reinkommt Funktioniert denn das Okay Wir müssen doch erst wieder rauslassen Ich kann Irgendwie Hey Ich kann Irgendwie leist den los Das heißt Äh What the fuck Wie 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 Nein Hier geht es die Fakte nicht weiter Das ist Moment mal Ich kapiere So Ich hab ne Idee Wie ich grad funktionieren kann Und mal sehen ob das funktioniert Ich würd's mal Hallo Was sie Ich muss morfen So Dazu müssen wir Als erstes Runter Jupp Ich glaub wir müssen Nämlich Hier hin Dazu müssen wir Das Wasser hier Auch Lassen Und Schnell sein Exakt So Genau Jetzt haben wir das erreicht Das wir hier Erreißen wollten Jetzt haben wir hier Hoben müssen Und hier drauf drücken müssen Und jetzt haben wir hier Unsan Weg Das dem hier rein können Juhu Das funktioniert Ich glaub es nicht Noch ein bisschen herausfinden Aber es ist gesnallt Zuerst mit Verschlechner Geist Von da wo das neues Gebiet war Ging es voll Aber Wir sollten uns nicht zu früh freuen Wenn der Endboss kommt Scheiße Ja sie Jetzt Nie Nice Nein Das holen wir jetzt mal Noch nicht Woffel Okay Okay Ich lasse es hier nicht Ach der kommt eh mit Dann Das ist ja gut Vielleicht mit mir doch erst mal nach hinten Wovor es von Jesus Neulichs hingeht Aber jetzt irgendwie das Gefühl Das sollte auch Wovor wir drauf Sitzen Bleiben Digga Woffel Du gehst doch voll in die falsche Richtung Nein Nein ich brauche es nicht Danke Woffel Was soll das denn Was soll das denn Das ist ja praktisch Nein, aber ich wollte nicht hier rein Fuck, es stickt jetzt in der Wuffel hier Wir sollten dem Typ helfen Nee, er hat überlebt Dann kannst du wieder runterkommen Wuffel, auf mich warten Ich muss wirklich so eines heißen machen, damit der mir folgt Wuffel, warte auf Alter Ich komm halt hier nicht hoch, ne? Ich bin ein bisschen heiß irgendwie grad Irgendwie muss mir Wuffel da weiterhelfen Fuck Ich bin ja hier lieber nicht gefangen, oder? Besser Komm Wuffels, machen wir alles richtig Ja, ich denke, das war nichts gut mehr oder weniger Und jetzt dann bitte mal dein Anspurt Vielleicht ist jetzt erstmal auch dieses Ding, was wir brauchen Ne, das war's nicht Weil hier, komm, ist Wasser Jawohl, Fili Wir haben jetzt alle lieb Wir wissen, dass du mir folgst Egal, was passiert Ich brauchte Das bisschen hier Ich komm jetzt hier dran Wie komm ich hier ran? Der braucht mal ne Braucht mal ne Etwas Den So Das mal Das level ist kompliziert Ach, das scheiße Sehr gut Und Hierin Jetzt hat Danke und das hast gut gemacht So Rein hier Aha, es kommt drauf Das war nicht easy Ich muss überlegen, vielleicht geht es mit dem Hund Vielleicht hat der Hund damit irgendwas zu tun Und der Hund hilft mir jetzt tatsächlich So Ja, wenn ich auch das Gefühl habe, dass er unten ein Endboss ist Der nicht viel Spaß festigt Nein Nein Äh Fuck, nein 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 Halt die Maul, ich hab gar keine Nein, nee, ist klar Alter, das fragt mich ab, dass man gleich alle leben dann verliert Wenn man so eine Scheiße macht Ich hab nämlich jetzt nichts mehr, um es gegen den Endboss wären So was ist in der Situation immer ein bisschen scheiße Das fragt das schon ab, wenn Wenn man das so anstrengt Und dann aus Versehen gegen eins Dagegen kommt, was ein bisschen dumm liegt, ne Was? Ich war nur neben dran Also nochmal die ganze Scheiße hier Das ist ja erst zum Haare ausrauben Manchmal Aber ich kann direkt Haare ausrauben Ey, mein Toilette ist halt mal wieder on point Nein Ja, nee, ist klar Immer an dieser Stelle, an der sie nicht so was kommen Ich hab keine Lust, dass ich das noch 100 Minuten lang so so machen Echt, weil dies, dies heißt, den ganzen einfach anfangen zu bewegen, ne Der wird's noch ätzender, als wenn die einfach still stehen wurden So wie jetzt Aber da ist wohl so viel verlangt Und hier geht's dann auch relativ easy Aber hier wird's dann halt schon Ui, ist doch knapp Total wirklich fair Nice, jetzt gehen wir hier rein Kampfen gegen den Boss Und tau nix gegen ihn in der Hand Gar nix Der wird ein super fairer Kopf Das habe ich jetzt mal voraus, ne Juhu, jetzt erstes mag sowas Du wirst langsam mähne, oder? Yes, damit er ihm entspannen im Bad Irgendwann, das Bad hättest jetzt nix Aber ich glaub, der meint, dass sie wohl ironisch So, die muss sichtbar irgendwas gegenwerfen Weil wir haben nix Leute, fuck, was kann ich denn hiergegen tun? Die bist so dumm Oh, das ist so dumm Fuck Ah, war es Kaffier, so ein bisschen. Ja, fahr doch gleich auf mich. Komm, fall hier hin. Komm, jetzt fahren wir mal hier irgendwo hin. Ins Wasser. Fuck, ich habe nur ein halbes Herzen. Wecken, das kann ich nie gewinnen. Das verreckt du eh das nächste Mal. Alter! Ja. Ja, das war nur ein Tick. So. Ja. Nein, ich habe Wolle. Fuck. Ja gut, ich brauche jetzt gar keine Wolle, weil ich jetzt kann es einfach hier so machen. Und killnummer ohne, wie auch dein Ei wird sein. Ja, jetzt kommen ein paar Wellen, gegen die ich aufpassen muss. Fuck it. Die sind nämlich böse, die Wellen. Da kann man es ganz leicht verletzen und das wäre nicht so angenehm. So. Jetzt sollte es passen. Jetzt kommt der Bösewist wieder. Hä? Fuck. Nee, ist klar. Digga, da fühlt man sich ein bisschen fast. Ey, was ist denn das? Hier! Hier! Boah, dieses Timing von dem Size 4. Das fuckt so ab. Nein. So. Ich muss, glaube ich, noch einmal treffen oder so. Ich bin zuversichtlich. So, jetzt kommen mehr Wellen. Ich sehe schon, es wird ätzender. Eigentlich finde ich es gar nicht bei ätzender als davor. Eigentlich war es angenehmer. Irgendwie komisch, ne? So. Voll. What the fuck happens with him? Das Ding ist auch irgendwie ein bisschen dumm, ne? Aber gut. Und vor allem ist es weg. So. Yeah. Level abgeschlossen. Applaus. So. Danke, Josli. Das hast du einigermaßen gut gemacht. Wir sind zufrieden. Wir haben alle von... Interessant. Wir haben alle Leben erhalten. Ich glaube, diese Anzahl gerne. Gut. Wir hatten ja zum Schluss auch ein bisschen Hilfe. Aber... Ja. Danke mal. Es ist ganz gut. Gut. Was gut, Leute. Ich bin auf die Karte müde. Ich weiß nicht wieso. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.